Was ist das für ein bescheuerter Name für ein Parfüm? Aber das fehlt, weil das riecht alles scheiße, das ist hier alles, das riecht wie Kot von Amani, sehr witzig, das riecht alles eklig, eklig, ich stinke und ich rieche, ich rieche so gerne, das eh ein Parfüm von Minou, wenn du Minou heißt, 168 groß bist, lange braune Haare, Löwin aus Berlin, dann ruf mich an, Mann, mach das jetzt und sei nicht so zickig, bitte, ich will dich, riechen. Vielen Dank.